Paladine der schilbernen Hand, folgt dem Hochlord! Angriff! Lange haben wir nach euch gesucht, Prophetie. Ihr dachtet, ihr könntet euch hier vor der Legion verstecken? Nun endlich gehört eure Seele mir! Balmazar, eure Arroganz ist grenzenlos, aber Azeroth's Helden werden euch Widerstand leisten. Geil! Das war's für heute. 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 Verbündete, schöpft neuen Mut. Nothraxion, Oberkommandant der großen Armee des Lichts, ist hier. Auf Befehl des Hohen Exarchen Turalyon sind wir zu eurer Hilfe geeilt. Ich werde euch Verstärkung schicken. Helden, sammelt euch im Licht. Balnazar, bereitet euch auf euer Ende vor. Nein, ihr werdet mich niemals besiegen. Hey, geht's! Das war's für heute. Ich bin jetzt. Ja, ich bin hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war ein verdienter Sieg. Ich habe nichts anderes von den Helden Azeroths erwartet. Lasst uns zu eurer Ordenshalle zurückkehren. Es gibt viel zu besprechen. Das war's für heute. 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 Champion! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.